So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefeedback Company 2. Immer noch die müde Folge, also verzeiht mir, wenn ich leise bin. Das will ich natürlich alles nicht. So, deshalb gehen wir mal ja hin. Und Zwischensequenz an Heimesteuerung aus. Das geht natürlich auch. Was ist das denn jetzt? Oh, das ist cool. Ach so, das sind die Teile. Oh Gott. Ich habe mit dem Teil noch nie getroffen, so wirklich. Übermittelt eure Koordinaten. Mit Angriff bereit. Übermittelt eure Koordinaten. Fortsch one. Negativ, negativ. Mach ich das jetzt so richtig? Ich vermute es einfach mal. Zurück und einsatzbereit. Regiert das Ziel. Ach, jetzt kann ich mich auch bewegen. Okay. Jetzt steuere ich hier eine Drohne. Ich bliche auch noch nicht ganz durch. Kann natürlich auch daran liegen, dass es so spät ist. Das könnte aber nur. Ich treffe nicht. Das gibt es auch nicht. So, komm du komische Drohne hier. Aus Battlefield 3 hier. Ruf, 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 ruf. Die geht sich da aber irgendwie einfacher steuern. Ich kann ja nicht mal hoch und runter fliegen. Hallo. Hallo. Hey, lass mich doch mal in Ruhe, du Typ da unten. Das ist ja so wackelnd, kann ich nicht. Ist ja mal tot, danke. Ja, so treffe ich auf jeden Fall. Oh, tatsächlich. Äh, ja. Jetzt hat es geschafft. Anscheinend schon. Gute Arbeit, Malo. Luftkampf ist wieder aufgenommen. Dann mal weiter. Okay, alles sauber. Gut gemacht, Bravo Tour. Wir bringen uns jetzt zu den Russen. Rücke mir den US-Truppen vor. Ja, dann machen wir das mal. Tom, da, trom, trom. Yeah. Voll stylisch, die Karre, ne? Au, alter. War-Talks. War-Talk, kommt der her. Okay. So, was sollen wir jetzt kaputt machen? Leichten Panzergesichte. Das leichte Panzer. Nö, 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 nö. Nicht mit uns. Soll ich jetzt einfach hier langfahren? Wenn das so sein soll, dann machen wir das doch mal. Alter. Nö, überhaupt nicht übertrieben. Kann mal jemand unseren Panzer reparieren? Echt, was ist das denn? Macht Hinde, ihr freundlichen Panzer. Negativ. Wir haben nichts. Haltet die Augen auf. Feindlicher Panzer voraus. Langsam und vorsichtig. Feuer erwidern. Ey, ich will auch mehrmals schießen können. Wow. Gib mir Feuerschutz. So, der ist weg. Da ist immer noch einer. Jetzt nicht mehr. So, die gehören zu uns. Das sieht cool aus. Yeah. Ich finde das echt stylisch. Von der Raketenrampen? Ist doch egal. Was? Was? Das ist ein Panzer raus. Das ist ein Blödsinn. Zielt auf den Raufrabenrampen. Zielt auf den Raufrabenrampen. Denkt wieder in die Erdung. Übermittelt eure Koordinaten. Zielt auf den Raufrabenrampen. Ziele bestellt. Das war jetzt was für ein Teil? Das war jetzt was für ein Teil? War Talk oder was? System offline. Dann geh mal wieder online hier. Ich kann nur mit dem Teil was machen. Das will ich jetzt auch mal sehen. So, von wo kommt der? Ach, da. Der War Talk. Tschüss, War Talk. Das doof muss aussehen wie die Oberfläche. Das war's. Okay, wir sind geräumt und einsatzbereit. Markier das. Wir schaffen mal diese Räume. Na los. Schneller War Talk. Ich finde das sieht cool. Na los. Einen schaffen wir noch. Und da war er weg. Und den machen wir noch weg. Bist du doch theoretisch von da gekommen. Ach ja, tatsächlich von da. Yay, habe ich jetzt gewonnen. Das war's. Sagt Bescheid, wir sollen das Bier kaltstellen. Das Bier kaltstellen. Gute Arbeit, Bravo-Ton. Wir schulden euch einige Biere. Verstanden, Kodiak One. Ihr könnt uns später noch einen ausgeben. Okay, raus aus der Schüssel. Wir gehen zu Fuß ins Dorf. Speichert. Oh, nö, jetzt haben wir das Teil nicht mehr. Blöd. Ich dachte, das behalten wir. Okay, das ist cool. Aber das coole ist wohl auch vorbei, denn ich glaube, die Folge ist jetzt auch vorbei. Zumindest muss ich jetzt leider aufhören. Denn ihr wollt ja die nächsten Folgen ein bisschen wacher sehen von mir. So. Also das ist für euch zum einen von Vorteil und im Prinzip ist es besser. So. Gut, dann würde ich sagen, was ist für die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ich ein bisschen munterer bin. Und bis dahin. Ciao mit Pau. Haut rein. Tschüss. 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 uingys.